Hallo zusammen, unter dem Weihnachtsstern, so heisst die Liste und die Lieder, die ich zusammengestellt habe, die mich dieser Weihnachtsstern inspiriert hat, um die Lieder zu schreiben. Es war damals eine Komete, die ganz hell so geleuchtet hat im Himmel. Man hat das nachgerechnet, es gab tatsächlich eine Komete. Und die Leute haben das dann als Verheissung für bessere Zeiten getötet. Und diesen Weihnachtsstern fand ich immer faszinierend. Und er hat mich inspiriert zu Liedern, zum Beispiel zu Weihnachtsstern am Himmel, nimm mich mit auf die Reise. Oder eben auch die Drei Könige, für die war so ein Wegweiser. Da habe ich ein Lied als als englisches Lied genommen und einen neuen Text dazu gemacht. Drei Könige sind auf der Reise, Es leuchtet einen Stern, Der Weg ist lang und die Wüste heiss, Sie will nach Bethlehem. Ja, aber aus der heissen Wüste habe ich gefunden, gehen wir noch etwas zurück in die Schweiz. Ein Lied, das ich schon für Peters und Marc geschrieben habe. Weisse Flöckli, ein Kanon. Weisse Flöckli tanzen am Fenster. Winter, heut bist du endlich gekommen. Und so weiter. Ich habe noch ein paar andere Lieder getroffen. Aber eben das grosse Motto ist, wir sind unterwegs mit dem Weihnachtsstern unter dem Weihnachtsstern. Und so weiter. Und so weiter.